Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag. Guten Abend. Wir haben heute den 31.12.2022 mit dahin erst mal Grüße raus. Ich habe mir überlegt, heute fragt man eine Runde Quatsch. Ist heute nicht ganz so windig, darum schrei ich hier wie ein Berserker ins Mikrofon. Ohne Witz, ich habe ja nicht mal mehr was gefunden zum anziehen. Ich habe hier irgendwas schwarze Erwitter an. Was soll ich euch sagen? Das ist schon eine Weile her, dass ich im Regen gefahren bin. Oh, mein Asch auf meine Haupt. Tja, auf jeden Fall muss ich erst mal danken, wer weiß, wie weit ich noch fahren muss. Hier ist übrigens immer noch Dings. Ah, guck mal, da sind ja noch ein paar mit Quatsch. So, weiß ich auch nicht. Kann ich hier irgendwie reinfahren? Ja. Hier hat Einer Starthilfe gewünscht. Ja, das Jahr ist ja nun schon mal rum, oder? Müssen wir mal langsam losfahren, weißt du? Genau, wird gleich dunkel. Oh, Mann, ich habe ja keine Lust. Ich habe einen Weg, ich bin nach Hause. Ja, na denn. Boom. Sinnig, mein Freund. Ich kann nicht so schnell. Der Beste hat schon gar nicht auf der Straße. Alter. Alter, ich bin zwei Meter gefahren, liebe Abonnenten. Ja. Und schon meldet sich der Boss. Ja, okay. Oh, nee. Hast du recht, hast du recht. Das sieht ja aber gut aus. Komm, da fahren. Ach so, ruhig fahren, wa? Ja. Ich bin nicht mehr als 50, weißt du? Ja, ist so. Ja, ist gut so. Ich lasse mich da rumstecken, gar nicht. So, jetzt mal abwarten, ob es alle rüberkommen. Und? Ja. Bist du auch in, wa? Ja. Boah, die ist ja auch nicht draußen, die ich heute kriege. Sind wir jetzt schon draußen? Doch. Da ist er noch. Da ist er da, was? Ja, rechts rum, Baby. Hier rechts rum, Baby. Huch. Huch. Der bist den Eindegnede. Der hetzt erst mal den Schlulli fest. Der ist aber echt übel windig, wa, Baby? Ja. Also, ab und an ist es ja so, dass ich Silvester eine Runde drehe, je nach Lust und Laune. Und ich muss sagen, in diesem Jahr war anfangs die Planung, dass ich alleine mit meiner Klinen fahre. Also mit meiner, also meine Klinen mit mir. Und, aber dann habe ich mir gesagt, ey komm, haust du einfach mal eine Anfrage in die Gruppe raus. Mal sehen, wer sie meldet. Ja, also, ich habe selbst bemerkt, dass es zwei, oder einer war, der ist sieben und alle anderen muss ich irgendwie überlesen haben. Und auf jeden Fall stehen da jetzt wirklich ein paar Mann, die mit mir auf ganz entspannt eine ruhige Runde am 31.12. 2022 drehen. Und das Jahr irgendwie so ausklingen lassen, sag ich mal, in dem sie nochmal ihr Quad ein bisschen penetrieren. Hier und da noch ein kleines Gespräch über Benzin. Ja, was soll ich sagen, das Jahr 2022 war für mich mehr so Lala. War nicht ganz so toll, aber, äh, hab einen anderen Job, wo ich recht glücklich bin, muss ich sagen. Äh, endlich mal in der richtigen Rubrik. Wer ich eh halt rauslöschen. Wie? Sagt der ja, ruhig so schön, ich schweif schon wieder ab, oder? Richtig. Oh, ich schweif schon wieder ab. Ja? Nee, ich glaube nicht, dass ich abschweife. Naja, das würdest du mir noch erzählen würdest. Das hat ein toller Brötchen gegessen. Und dann hast du noch ein Erdbeermarmeladenbrötchen gegessen. Ja. Ah, hier würd ich ja auch mal gerne eine Runde drehen. Oh, ja, ich glaube nicht. Oh, das wär schön. Andere Seite, auf, Mädchen und Hügel. Ja, Mann. Ist das nicht wunderschön hier? Ist das hier nicht wunderschön? Und wir dürfen da nicht fahren. Warum denn eigentlich nicht? Weil da ein Golfplatz ist, mein Schatz. Ja, ja. Wir fahren da ein Golf, oder? Ja, wir fahren da ein Golf. Ja, hier ist schön. Oh, yeah. Das sieht sehr gut aus. Bob ist der letzte, so musst du das. Ja. Ist angeblieben. Sehr schön. Aber ich bin nur seitlich zufrieden. Ja, hab ich gesehen, in den Spiegel gewesen. Sehr, sehr gut. Hier rechts, bitte. Warst du eigentlich schon mal in Baden-Württemberg? Ja, ja, hier war ich schon. Hier ist Baden-Württemberg, oder? Ja, hier ist Baden-Württemberg, weiß ich jetzt. Äh... Ja, ich glaube, das heißt Brücke. Ja, ja, ja. Oh, ich hab so Déjà-vu. Willst du dich nicht aus dem Rahmen holen, bitte? Nein, ich will dich nicht aus dem Rahmen holen, mein Engel. Nee, der ist sehr tief, guckt bitte. Alter, das... Wäre ja mal interessant, oder? Das sagst du. Das musst du mir nicht sagen, Baby. Das sind die Jungs. Ja, das stimmt nicht. Ja, das stimmt nicht. Na, ich rede da. Ah, die kommt doch wieder. Ja, die kommt doch wieder. Hahaha. Deine Hilfe. Ich halte ja die ganze Markehung. Ja, das ist die Rutschicht da. Da musst du ein bisschen aufpassen. Ja, hier war ich auch noch nicht oben mit dem Quartier, da sind wir mal mit dem Fahrrad gefahren, erinnerst du dich? Ja, ja. Mit den Kurven, das war das hier. Ja, ja, eine eigene Kurve, mit dem krassen Berg, oder? Und mit den Bremsen, das war schön abwechslend, Bremsen und so. Ja, ja, ja. Ja. Hahaha. Da müssen wir ein bisschen die Schilder, aber... Hahaha. Welche Schilder? Ja, meinst du den Uhu? Hahaha. Da war kein Uhu. Da war kein Uhu, das ist eine Lüge. Das ist ein SCVO-Schild. Da war ein SCVO-Schild? Na hier, will ich jetzt auf der Hauptstraße, oder nicht? Ja, hier ist jetzt die Hauptstraße, Baby. Ah. Hier ist ein Hund. Na, der wird jetzt noch eine Weile rennen. Das ist wirklich wunderschön. Was? Ne, ich hab mir überlegt und vielleicht sollten wir ja mal so eine Quadgruppe gründen, weißt du? Ach so. Boah, wo wir uns alle öfter mal so treffen. Zum Fahren. Schlechte Weg? Schlechte Weg, Schatz? Ja, ich merkte toll. Und irgendwie hängen hier schon wieder die Kabel in die Fresse. Was soll denn das? Das ist immer dasselbe. Hahaha. Hahaha. Alter, hier sieht's ja wild aus. Alter, das sind ja richtige Reifentöter hier. Junge. Ja, auf jeden Fall wünsche ich euch ein gesundes, neues Jahr. Habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Und auf das eure ganzen Vorsätze in der Fälle gehen. Die da wären. Du siehst gut aus. Das wird dein Tag heute. Hahaha. Du brauchst dich auf andere hören, nur weil du ein langsames Quad hast und du nicht zur Gruppe gehörst. Du siehst gut aus. Das wird dein Tag heute. Hahaha. Du musst Abstand halten, Baby. Watt? Äh, Abstand bitte. Jaja. Hahaha. Die schwarze Scheiße hier, Alter. Hahaha. Alter Scheiße hier, waaah, wiii, geflogen! Lass dir im Augenblick ein Video nach oben da, also ich weiß, dass ich es als erster liken werde. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine gesunde Neuheit und haltet die Ohren steif, es sind harte Zeitspielzeiten, haltet euer Geld zusammen und gebt euch nicht für irgendeine Scheiße aus. Richtig. 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 Richtig, das ist gut. Was war das los hier mit den Jungs? Wie, habt ihr keine Fütze? Alter, das war richtig duschen. Sehr schön. Schön die Beine nach oben, so ist es richtig. Ja man, das war eben eine Acht von Neun, oder? Ich glaube, da muss ich auch noch mal durchfahren. Na denn. Okay. Okay. So, wieder zurück? Wie? 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 So, ich glaube, du bist jetzt tief geworden. Pass auf! So, ich glaube, du bist so schön, du bist so schön, du bist so schön, du bist so schön. So, ich glaube, du bist so schön, du bist so schön, du bist so schön, du bist so schön. So, ich glaube, du bist so schön, du bist so schön, du bist so schön, du bist so schön. So, ich glaube, du bist so schön. So, ich glaube, du bist so schön.